Ja, Robert Stöppel, natürlich emotionaler Hochphase, Gratulation an das Ziel, Eintracht 2000. So bitte auch den Fahrer aus, gebt ihr die richtige Gefahr, und ich denke, ich muss dann auf jeden Fall extra erwähnen, das ist mit nichts für eine Belobigung. So, den Fahrer am ersten Schritt in Teilen. Da lebt so eine Achtung. Sieben, hier oben. So, der Helfen war, ne? Sehr geil! Auslandseidensiebiet. Mit 1192, Sophia Jörgarten. Schöne Tele. Schöne Tele. Schöne Tele. Schöne Tele. Schöne Tele.